Hallo liebe Freunde der Orgelmusik, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, einige Zuschauer haben sich gefragt, welcher komische Kasten oder welcher Apparat da in der Kirche immer in der Ecke steht. Und das Rätsel kann ich heute lösen. Hallo Björn, herzlich willkommen. Hallo lieber Orgelhase. Dir gehört ja das Instrument. Ja. Erklär das doch mal kurz, was ist das eigentlich? Ich habe es heute ausgepackt und in die Mitte gerückt. Also es handelt sich um ein Spinett und das ist der kleine Bruder vom Cembalo. Ein Barockinstrument im Original, bei dem die Saiten angerissen werden. Klingt ungefähr so. Aha, also eine Gitarre mit Tasten. Na. Okay. Welche Musik hast du denn mitgebracht Björn? Von Georg Friedrich Händel, eine Suite für zwei Tasteninstrumente. Für zwei Klavitzengs. Ja. Oder französisch quasi, ne? Also im Barock war man da relativ flexibel, da war das Klavier mit C geschrieben, waren halt alle Tasteninstrumente mit gemeint und wir haben uns jetzt für ein Battle Orgel gegen Spinett entschieden. Bam! Damit viel Spaß, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie in Kammer. Tschüss. 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 Amen. 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 Amen.